Ich zack den ganzen Tag... Kauf dir ein Leben! Ich zack den ganzen Tag Minecraft und hab'n Bart mit 20... äh... 20... 15... Der lange ist wie Senzbart. Hast du nicht sowas, ne? Hast du'n Satz verstanden? War, ähm... Ja. Ich nicht. Nicht ganz. Ich hab' mein Satz auch nicht grad verstanden. Unlogische Sätze kommen beim Let's Plane raus. Jajaja. E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Aber sowas mach ich nicht mehr. Maxim oder K.P. Mann, wie soll ich dich jetzt nennen. K.P. Mann. Was, Ha, Marsch... Oh ein Baum ist gewachsen! Baum ist gewachsen Du hast zuerst mal einen Baum wachsen sehen Hab ich schon öfters mal gesehen Ja, das ist so wunderschön gewesen Seit wann brauchen die so Wasser? Genau, sieht schöner aus Ein kleiner Park Kleiner Wasserpark Für die Kinder Für die Kinder unter euch Ja, was wäre jetzt ein Park ohne Wasser Ein ganz normaler Park Ein Waldpark und kein Wasserwaldpark Ach stimmt, ich habe hier selbst Minimap Und ich glaube, so behindert sich die Gegend Wo ist das Haus? Eine Minimap, aber wo ist das Haus? Hinter dir Ich weiß Ja, ich muss mich auch mal installieren, diese Minimap B, brauchst du unbedingt Ist bestimmt hilfreich Die ist sehr hilfreich, sag ich, die ist sehr Das ist dann halt toll Also, nächsten Part kommt dann der Mod Der Mod Wie, du willst jetzt schon Schluss machen? Was, na, nein Was wäre wenn? Nein, ich will hier suchten, will ich hier, suchten Wie viele Parts sollen wir eigentlich machen? Hä? Wie viele Parts sollen wir eigentlich machen? Wenn du willst So viel wie du willst, ist ja nicht mein Leben hier Ja, wir brauchen nicht 50.000 Parts für ein Let's Play, oder? Ne Ne Ich weiß gar nicht, was ich 50.000 Parts sagen soll Hm Mehr Leute klicken an Mehr als Gronkh Oh, der Arme Wir sind besser als Gronkh Hohohoho Nein, sind wir noch nicht Sind wir noch nicht Hört Ich schlag schon mal Bambus und das regeneriert sich von Allein Jetzt nicht mehr Alter, das ist am Lenken Schlimm, sowas Scheit der, seit's schon im ersten Part war das jetzt schon Ja, ist halt auch Matsch hier Oh, Krillweizen ist ausgebrütet Oder, weil, oder, warte, warum Ähm, 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 ich will immer's sagen Hä? Ähm, genau, ich hab den, ich hab ja den Server von Minecraft Seite da Und ich weiß nicht, wie man Bucket Server machen kann Du weißt gar nicht, wie man den Bucket Server macht Ne Bei mir funktioniert ja, aber irgendwie nicht, das zum anmachen Shit Kann ich dir mal zeigen, gleich, vielleicht mal Also ist es ein ganz normaler, stinknormales Server Ist der besser als ein Server von Minecraft selbst? Also Bucket Server, da gibt's mit Plugins, sag mal so Und darum ist es besser, sagen die Aber es ist egal jetzt Oh, ich erinnere mich noch die Stelle, da ist ein Creeper explodiert Welche Stelle? Es waren viele Stellen Ach so, die Und es war keine Sexstelle Ich wollt mal diesen K-Mod holen Was ist K-Mod? Das ist ein besserer Server mit Warps und so Und man muss immer hin und her warpen Ich kenn diesen K-Mod gar nicht Das ist so ein Server, kann man so Set Home machen und so Set Home Ach so Ja, das hat auch Buckets Kann ein Bucket auch? Ja, das kann ein Bucket auch Ach so, ja dann Mach ich mir bald nen Bucket Server Mit eurer Unterstützung Oh Gott, ich will einfach nicht mehr mit Hamachi zocken Aber er... Er will, dass ich Hamachi zocke Ich weiß auch nicht wie ohne Hamachi geht, das weiß ich nicht Irgendwie muss ich mein Port reingehen Das verstehe ich irgendwie nicht Ich hab mal ein Wheatly Ein kleines Wheat Ich hab mal Wheat, also Weizen Der... Weizen-Typ Wheatly Der aus Portal Jupp Der nette Der Jack Black Der ne... nette Kugelrunde Der, der, der redet wie Jack Black Also das ist der... die Stimme Ja, aber das ist ein Vorteilbehinderter Der... Gebe ich mal zu Er ist manchmal so... Sau krass Und der ist manchmal auch total behindert Hin und her Der Wheatly Hier sind ja ganz viele Pigs Los, Schlachten! Geh mir Schweinefleisch! Oh Du, bleib stehen! Naturpark Aaaaah Naturpark Ne, besser gesagt Schlachtpark Das Schlachthaus im Park Ja, ja Schlachthaus im Park Deine Mutter arbeitet im Dönerladen und s... Und der Telefonat sagt, deine Mutter dreht sich nicht mehr Ach... Der Telefonat Ja... Gibt extra so ein Telefonat, Mann! Da ruft alle an Ach stimmt, ich hab hier einen gekrockelt Porkchop Porkchop Ja, Blowjob Alter, das wird langsam schon krass mit dem Blowjob Ich... Wenn das so steht, dann hab ich eigentlich auch nichts dafür So, das Park ist... Das ist Porkchop eigentlich nicht kein Blowjob, ist egal Moment, ich guck nochmal nach Wow Porkchop Hm? YouTube YouTube Also bei Megaplayzone Ja, das bin ich Äh, sorry, ich hab jetzt grad mit KP-Mann geredet Ja, hab ich gehört Ja, ich bin der Megaplayzone, wer bist du? Ich bin... Ein StormLP-Cast14 Von uns gibt's nur eine Sorte Oh, Bambus ist gewachsen, viel Papier, viel Bücherregal brauchen wir auch nicht so viel Das ist nur als Deko Das sieht aber besser aus, so Ich muss doch mal nen Turm eigentlich mal fertig kriegen hier Ich mach erstmal so nen fetten Park, erstmal Ich muss dir was bieten können hier In diesem Let's Play Ey, ich hab Bock auf... Oh man, ich will jetzt ein bisschen was essen Mehr... ich hab keine Ahnung Ich... ich... ich isst zu viel, aber ich hab immer noch Hunger Aber da hab ich auch eine Klasse Der isst immer... Ja, herst du Herst du Nee, 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 ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich reden sollte Ich hab's vergessen Hm... Das ist natürlich... Zurück zu dir Also es gibt nen Typ aus meiner Klasse, der isst Spargeldünn und isst wie ein Schollendrescher Hey, ich isst ganz normal, aber... Aber... Hunger hab ich... Un... unendlich Unendlich Hunger? Hast du Cheats benutzt, oder was? Nein, ich hab doch kein Cheat benutzt Re-Life-Cheat, klar Re-Life-Cheat Re-Life-Cheat, klar Re-Life-Cheat, wo du richtig die Hunger bekommst Was ist das Safe-Set gesetzt? Nein, ich hab kein Safe-State gesetzt So, blahli Blahli Wie geil das kommt So, dann mach ich mein Turm erstmal hier fertig Was ist das eigentlich hier für ein Gebiet? Sag mal so Das ist die Next Stage von Zelda Nein, das ist ähm... Das soll der Turm werden, ich muss ja noch ein bisschen bauen hier Achso, der Turm... Chicken... So, ja Chicken Wings Sind leckerli Leckerli Taken Fred Chicken Osnake Chicken Mo... 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 Moosstein Moosley Stone Irgendwie sowas Moos Stone Kenz Lapis Lazuli oder wie das heißt Ja, Lapis Lazuli hab ich mal... Offen... Offen... Server Oder besser gesagt, auf den Singleplayer Wo ich eigentlich nicht letzt... das nicht letzt schon wollte Hat ja nicht geklappt Ja Wegen Bad... Bad Quality Warum Bad Quality? Bad Quality bei Fraps Ach, Fraps hat wiederum gespackt von dir Jupp Oh, das ist natürlich bad, das ist wirklich bad So... Und ich hasse dort Ich hab schon genug Holz Noch mehr Grillend Porkchops Noch mehr Grillend Porkchops Wir machen eine ganze Kiste voll Porkchops Ok, Essensvorrat Ich mach mal ein Kissen für Essensvorrat Mach mal ein extra Schild dran Damit wir nicht vergessen Jut Was? Was? Was macht eigentlich KP, Mann? Er chillt und schaut nur zu Achso Also er sagt dir bei nächsten Medi... Video macht er vielleicht mal mit Aber in Skype... in Skype macht er leider nicht mit Wegen Bad Mikro, ne? Jupp, Essensvorrat mach ich mal neben unser Bett Gut Ich beobachte dich Spiderman! Oh mein Mann, Spiderman! Autsch! Au, mein Fuß ist gebrochen Tja So Immer weg! Jetzt! Ja, ist ja gut! Gute Essen rein Was sind die? Ich hab die grad weggemacht von schlagen schon Wieviel Leben hast du noch? Ja? Wieviel Leben hast du noch? Also sag mal so, zwei Leben sind should ein weggegangen Oh, ich hab noch fünf Herzchen Mein Herzensbrecher Ich hab nur zwei Herzen zerbrochen Seh drauf aus, verdammt ich suche jetzt mal nach Essen wie so ein Zeitalter, Steinscheitalter weißt das Steinscheitalter Bronx für Zeit die Bronx für Zeit ich suche ein Essen, du warte hier ja klar Alter scheiße, hier gibt es ja nirgendwo Picks auch das, ich dachte schon, hier wär ein Pig Piggy, wo bist du? ach verdammt verdammt, verdammt, verdammt ich seh hier nur Chicken